Ah, das war ein anstrengender Tag. So, jetzt ein schönes Duell angucken. Vielleicht ein spannendes. Mal gucken, ob ich hier was finde. Ah, ja, spannendes Duell. Das kaufe ich und dann hole ich noch mal trinken. E-Mail müsste ja gleich ankommen. Geil, Cocktail geht immer. Ja, bei dem warmen Wetter sollte man mehr trinken, glaube ich. Jetzt habe ich aber Hunger. Ach, Chips, ey. Das ist nichts Besseres. Ja, was Süßes wäre auch noch geil. Yummy, 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 yummy. Schokolade wäre jetzt noch geil. So, noch Schokolade. Perfekt. Dann können wir ja mal hier... Ah, E-Mail ist auch angekommen. Duell angucken. Los geht's. Wollte ich mich verarschen? Was ist das? Nee. Was ist das für ein Duell? Alter. Jetzt mal mein Kundenservice anrufen. Schönen guten Abend. Ja, nee, nix da. Was kann ich für sie tun? Was soll denn der Müll? Sie haben gesagt, ich soll ein spannendes Duell kriegen. Und was war's? Das war doch kein spannendes Duell. Wollte ich mich verarschen? Das war überhaupt nicht spannend. Ich meine, das geht ja nicht mal lange. Was denkt ihr euch dafür mit Geld bezahlen? Was? Also, ich verstehe es einfach nicht. Ich möchte sofort, sofort hier irgendwie irgendjemand haben, der was zu sagen hat. Nee, das geht nicht. Ich beschwere mich. Ich beschwere mich. Ich beschwere mich hier offiziell. So, nee. Das ist nicht spannend. Bis zum nächsten Mal.